Willkommen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde von Badwars zusammen mit der Sturmwaffel. Hallo! Hä? Okay, jetzt aber. Hopp, 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 hopp. Was sind wir für eine Farbe? Äh, gelb. Okay, gut. Weil grün ist schon einer weg. Zack, zack. Hopp, oh. Boah, ich wäre gerade fast runtergesprungen. Oh, nee, wir haben einen Dude, der nur darauf rum... Nein! Was macht er? Ach, der steht nur rum? Gut, ich stand nur auf dem Zeug rum hier. Auf dem Zeug, Digga, auf dem Zeug. So, und so. Ich komme auch nicht in die Mitte. Mega peinlich. So, ist der da? Ja, komm, bau dich. Ja, die Mitte ist auch richtig weit weg. Komm, bau dich! Ah, er baut. Kann das? Oder ist er so doof? Na, jetzt. Mal gucken. Oh. Alles gut? Ja, okay. Oh, okay, kleine Pause immer wieder. Ah, es geht. Geht schon. Geht schon, geht schon. Hoch, hoch, Arsch. Hoch, ja, komm. Komm, let's go, egal. Erstmal in der Mitte, ganz wichtig. Dann ein bisschen Gold snacken. Und dann hier andere Team. Ah, nee, noch nicht so. Noch nicht so. Erstmal Bogen kaufen, dann ein anderes Team. Genau. Zack, zack. Zack, zack. Oh, okay. Dann machen wir das andere Team da kaputt einfach. Oh mein Gott, Alter. Ach so, hatte ich auch schon direkt jemand, oder was? Ja, ich sterbe jetzt, bin tot. Mist. Tschüss, ey. Ja, das ist halt das Problem, weil du musst immer mit Blöcken halt weggehen. Ja, das ist immer ein bisschen, ja. Wegen dem Bett, weil was so alleine steht. Ich meine, das ist einerseits voll gut, aber auf der anderen Seite recht nervig. Ich habe mir schon mal einen Helm gemacht. Zack, 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 zack. Okay, so. Patz, 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 patz. Das sind schon die mega professionellen Aufnahmedinger, die wir machen. Ach so, ach ja. Wow, ganz unauffällig. Das ist nichts passiert. Das ist nichts passiert. Das ist alles ganz unauffällig hier. So, ganz mega professionell. So, zack. Okay. So, alles gut. Ach, ich habe gerade gedacht, das wäre ein anderer gerade. Den hier sind aber schon ein bisschen crazy, ne? Jo, warte. Gerade. Hö, hö. Oh Schei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Bogen. Spamming. Oh no, oh no. I don't want stabbing gerade. Beste Englisch ever. Oh nein, ich bin gestorben. Nein. Ah. Shit. Okay. Ich muss mir mal Rüstung machen, glaube ich. Ich glaube, dann läuft das ein bisschen besser. So, machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Brustpanzer. Wo bist denn du gerade? Bist du schon irgendwo in irgendeinem Team? Bei Blau. Achso. Denn Blau ist jetzt. Kaputt. Zicke, 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 zicke. Hallo. Ja, Blau hat mich nämlich gerade gekillt. So, das kriegen die jetzt zurück. Das schwöre ich dir. Ich gehe da jetzt erstmal. Achso, du bist. Sind doch welche von den Blauen in der Mitte? Aber da ist gerade schon ein Grüner, der hier rum probiert hat, irgendwas zu machen, aber es nicht richtig hinbekommen hat. Okay. Hier kommen auch gerade die Grünen. Die snacken sich hier schon dick das Gold. Das sehe ich gar nicht ein hier. Hier wird kein Gold dick gesnackt hier. Das könnt ihr vergessen. So, komm, hier runter mit dir. Tschüss. Okay, warte. Soll ich mal rüberkommen? Ähm, Blau. Ja, ich chill hier. Ach, du chillst ein bisschen deine Lage. Warte mal. Ach, die haben ja auch alle irgendwie so mäßig viel hier, die Friends. Ach Mann, ich bleibe auch noch hängen. Guck mal hier. So, Skill. Bam. Erster. Tot. Zweiter. Tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, die treffen mich gar nicht. Hä? Die sind richtig excited. Das ist wieder der Bug. Das ist so ein Anzeige-Bug manchmal. Den haben YouTuber, dass du nicht angezeigt wirst bei denen. Aber das ist unser Vorteil. Guck hier. Zack, zack, zack. Doch, ich bleibe bei den. Okay, der trifft mich. Oh, so. Hier, du kannst übrigens hier rüberkommen. Ich baue mich gerade. Da war eben gerade das ganze Team auseinandergenommen. Ganz kurzzeitig. Ey, wie viele Kills waren das jetzt? Fünf? Ja. Fünf oder vier, ja. Das war ganz ordentlich. Das war ganz nett. Das war ganz nett. War medium. War medium so. Ach so. Kann ich auch. Habe ich nur nicht gemacht. Okay, okay. Weil, warum? Weil wegen die Sicherheit. Weil, weil, weil Sicherheit vorgeht. Und ich wollte nicht, dass die in meinem massiven Bizeps sterben. Okay. Okay. Das war alles. Willst du vielleicht hier sowas haben? Was? Was? So ein Brustpanzer? So? Naja, hab ich schon. Hab ich schon. Ach so. Ach so. Okay. 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 So, warte. Ich sollte vielleicht mal was zu essen mitnehmen. Das ist wieder. Das ist immer das, was ich immer von gestern habe. Das ist unser reeller nächster Gegner. Ist rot, ne? Weil grün sind irgendwie zerlieft. Die haben sich zerlieft. Also das ist jetzt nicht das größte Problem. Ja, also waren wir erst grün oder erst rot oder was? Mr. Lagmaster 3000 kommt hier gerade. Alter, ist los bei ihm. Zack. Da ist die Internetverbindung Bambusleitung. So. Bisschen Bambus da. Was? Bisschen Bambus für den Kopf. Bisschen Bambus, ey. So, wollen wir mal gucken hier. Außer der kickt mich jetzt. Ja, nice ey. Scheiß. Einfach nur, man. Der kickt mich einfach runter. Ganz böse. Der grüne ist ein ganz Bad Boy, ey. Also da 100% Bad Boy. Du musst mal ganz da aufpassen, ey. Aber gut, das kriegen wir hin. Auch ohne Skates. Ach, crap. Bist du auch unten? Ich war gerade wieder kurz vorm roten Bett. Okay, warte mal dann. Ach, so hast du schon einen leichten Weg dahin geballert? Äh, nee, nee. Ich bin einfach über deren gelaufen gerade. Tatsächlich nichts Großes erreicht. Aber ich wollte, aber ich hab's nicht gepackt. Gut, warte. Dann probieren wir. Probieren. Gehen wir überstudieren. In dem Fall vielleicht nicht. Ich hab gerade wieder eine schwere Behinderung. So, warte. Ach so, okay. So, äh, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Sterbendes Tier in coming. Sterbendes Tier. Oh mein Gott, was sei jetzt gestorben? Ein sterbendes Tier. Ach so. Ein sterbendes Tier, um genau zu sein. Okay. Giraffe. Ach so. Oder ein Affe. Giraffenaffe. Ein Giraffenaffe? Die sind ganz hart, meinst du? Oh nee, von uns ist auch jemand gelieft. Aber von denen auch. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Von denen. Obwohl, man kriegt doch inzwischen so ein Timeout. Ja, du kriegst ein Timeout, ja. Du bist ganz bad, wenn du leafst. Ey, da gibt's erstmal einen Dicken. Ja, das find ich aber gut. Aber find ich tatsächlich krass, dass trotzdem ein Timeout. Scheiße. Was geht? Äh, nix. Ich werd hier grad nur ein bisschen weggebaut, ey. Okay. Okay. So, ich komm mal lieber schnell wieder. Das ist eine ganz gute Idee. Ich hab dir jetzt ein bisschen das Gold gezogen. Ach, die haben einen Bogen? Ja. Deswegen, ich geh mal eben kurz so hoch und hol mir auch einen. Warte, 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 warte. Äh, Gold. Soll ich dir auch einen holen? Nee, nee, mach du mal. Ach so. Ich hab jetzt acht Gold. Also entweder hol ich einen besseren Bogen oder ich hol zwei ganz schlechte. Oh Gott, das war grad ein Fehler. Das ist eine ganz, ganz komische Idee. Äh, eine ganz, ganz komische, weiß ich nicht. Ach, ich hol jetzt einfach einen besseren, mein Gott. Wir kriegen so genug Gold. Ich probier es einfach mal. Wir sind die Skamaster 5000. Untergebaut, aber alles easy. Dann haben wir wenigstens die Verbindung zur Mitte. Nee, ich wurde zum Glück noch nicht. Also ich, äh, konnte grad noch umdrehen, als ich gemerkt hab, dass sie einen Bogen hatten. Und, äh, konnte mich grad noch so ein bisschen wegdrehen. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin nur einfach weggerannt quasi. Also ich hab mich einmal weggedreht, als ich gemerkt hab, dass da die Pfeile geflogen sind. Oh, guck mal, da kommt schon einer. Hier, da. Die tollkühen Leute kommen hier ohne alles in die Mitte. Der Erdung hier. Hallo, bei der C. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ich hab eh geöffnet beim Runterspringen und bin dann nach Frankei geflogen. Oh, ich bin so gut, Alter. Nein. Das ist ja, das ist ja geil. Also ich hab mich da einfach hochgebaut und dann... Schon mal, ich treff den, treff den schon mal mega gut. Ey, mega skill hier gerade. Also noch kein Geschwister bis jetzt, gut? Doch, doch, doch. Zweimal schon, den mit dem Bogen. Und hier ist schon zweimal einen gekillt. Aber der mit dem Bogen, der skillt da ein bisschen seine Lage in der Ecke. Irgendwo. Weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich treff den grad nicht. Wo ist denn der? Da. Weiß nicht, ich kann das immer schlecht... Wir haben Griechen gar nicht so auf dem Schirm, ne? Weil das nur noch einer ist inzwischen. Ja, ich kann das immer schlecht abschätzen, wie hoch du gehen musst, damit du den triffst. Das ist immer ein bisschen... Jetzt. Oh Gott, der Grüne kommt von hinten. Böser Move für ihn. Oh Gott, ja, ich seh's. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab mich einfach so dumm gedreht. Oh, Mann. Ah. Bester Move, ey. Oh Gott, ey. Das war wirklich so eine Special-Drehung schon wieder. Besser ging's nicht, ey. Mann. Ich leg dir mal auf unseren Weg Gold, okay? Also, wenn du in die Mitte kommst, dann liegt der Gold jetzt. Warte, ich komm mal, ich komm mal ganz kurz. Ich will den Typ nochmal angreifen. Oh. Okay, wir müssen... Also, der eine Grün... Machst du grad den Grün da fertig, oder? Der Grün ist tot schon. Also, der war grad nur ganz kurz in der Mitte. Ach so. Ist der Baum. Irgendwer ist grad bei Grün auf jeden Fall. Und will da... Ja, Grün ist auch nur noch einer. Ach hier, Baum 31 da. Der zieht da durch, der Baum. Der durchziehende Baum. Muss mal in die Mitte kommen, irgendwie. Ja, warte. Soll ich dir jetzt auch noch einen Bogen machen, oder? Oder wo ist... Kannst du? Ja, komm, machen wir jetzt so. Zack, zack. Mal eben ganz schnell. Dann nehm ich hier ein Schwert einfach raus. So. Hä? Woher hab ich den denn? Keine Ahnung. Ich hab den gecheckt, glaub ich. Warte, aber erstmal... Ich muss da eben kurz was zu essen holen und dann komm ich. Und ein paar Blöcke. Hast du Blöcke dabei? Ja, ne? Ja, ja, warte. Okay, nice. So, warte. Ähm, zack, zack. So, ich bin auf dem Weg. Ja, alles easy. Auf dem Weg zu dir. Bin ich gerade... Warte, wo? Oh, Walter. Uh, uh. Hier ist das auch immer so ein Kletter-Action hier, unser Weg, ey. Ich hab mir halt diesen Weg da drüber gebraucht, weißt du? Ja, ja, warte mal. Wo bist du gerade? Bist du gerade da drüben? Bei Rot, bei Rot. Aber oben auf dem Weg, den ich da gebaut habe. Ach so. Okay. Ich nerve jetzt erstmal den mit dem Bogen, glaub ich. Ich glaub, das ist der Typ, der da auf dem Weg steht, wa? Ja, ja, das ist der Typ, der da ganz hinten ist, ja. Okay, warte, wie komm ich denn da? Da ist der, der, unser Baum-Typ ist auch in der Base. Unser Baum-Typ ist auch in der Base von denen. Okay, so. Der Baum-Baum-Typ ist bei Rot. Hat so Art den Bogentypen, glaub ich, gekillt. Ich bin auf dem Haus von denen jetzt. Okay, warte, dann, ich laufe jetzt mal über den normalen Weg rüber. Ja, ja. Also es scheint mich jetzt bei dir hochzubauen, warte mal. So, dann machen wir das mal einfach mal. Auf dem Baum. Ganz kurz da. Team Grün ist eh jetzt grad geläftet einfach. Nein, Team Grün. Team Grün hat er einfach keinen Bock jetzt, komm. Mach, 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 mach. Ich hab's, hab's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, krass, krass, krass. Ersten Kill, zweiten Kill und der mit dem Bogen, der killt mich noch, der killt mich noch. Oder? Alles gut, alles gut. Nein, nein, ja. Nice, GG. Boah, sieben Kills einfach in der Runde. Das war ordentlich. What? Aber dafür hab ich auch keine Betten zerstört. Du hast die Vorarbeit hier geleistet und ich hab alles zerbashed da irgendwie. Weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall eine sehr geile Runde. Schau beim Sturwaffe vorbei, da gibt's auf jeden Fall auch Petbus und andere vermaffelte Videos. Dinge. Ja. Und? Ja. 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 Okay. Dann macht's gut. Ja. Ja. Gut, macht's gut. Ja. Ja. Gut, schleckern, gut machen. Ja. Macht den schleckern gut. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Bye-bye. Yo.